schön dich wieder auf unserem kanal zu sehen nimm dir etwas zeit für heutiges thema und öffne für dich weitere horizonte oft hören wir unter menschen die sich mit persönlicher entwicklung und spirituellen praktiken beschäftigen von katharsis katharsis bedeutet die läuterung der seele oder befreiung von seelischen konflikten durch emotionale durcharbeitung wenn wir über seelische reinigung sprechen liegt unser fokus in der regel darauf wovon wir uns reinigen wollen was in uns schwer ist und womit wir verschmutzt sind nun was wenn wir diese seelische reinigung aus einer anderen perspektive betrachten katharsis findet nicht nur statt wenn wir bemerken wovon wir uns reinigen müssen sondern auch in dem moment wenn wir unsere aufmerksamkeit auf unsere hellen guten und starken seiten lenken wie wir schon kennen wohin die aufmerksamkeit geht das wird mehr wir vergessen oft unseren strahlenden teil aufgrund der trägheit unseres bewusstseins es richtet mehr aufmerksamkeit auf das schlechte dies zeigt sich deutlich daran wie menschen gerne nachrichten ereignisse und alles was dem bewusstsein emotionale ausbrüche bietet verfolgen wir glauben dass in unserem leben nicht zu wollen doch aus irgendeinem grund lesen wir weiter genauso ist es bei der arbeit an uns selbst unsere aufmerksamkeit ist ständig darauf gerichtet was mit uns nicht stimmt diese selbstbeobachtung muss ausgeglichen werden indem man die andere seite der medaille betrachtet was ist in mir wunderbar worin bin ich gut wir sind mit einer bestimmten karmischen last in dieses leben gekommen mit der erfahrung aus anderen inkarnationen daher ist in unserem potenzial sowohl barmherzigkeit als auch güte liebe und freude angelegt es ist wichtig diesem positiven kammer aufmerksamkeit zu schenken und wenn wir den fokus auf unsere guten eigenschaften legen findet auch die gleiche reinigung der seele und körper statt denn wohin die aufmerksamkeit geht das wird mehr wenn wir dieser seite unserer aufmerksamkeit schenken kommen wir innerlich mit der lichtquelle in berührung es scheint durch unseren körper nach außen zu strahlen je mehr aufmerksamkeit wir unserer göttlichen hellen seite schenken desto mehr werden wir das göttliche auch in anderen menschen sehen wenn wir das göttliche in anderen sehen entsteht resonanz wenn unsere göttliche seite die gleiche in anderen sucht geschieht eine tiefe erfüllung in diesem moment der fülle findet die reinigung statt von der wir sprechen es hat uns heute sehr gefreut mit dir zusammen zu sein schenke uns auch weiterhin deine aufmerksamkeit abonniere unseren kanal und sei erfüllungsvoll und glücklich in deinem leben bis zum nächsten mal